Wussten Sie schon, dass Sie als Kunde von Rexel Germany die Möglichkeit haben, Ihre Bestellung direkt in einer unserer Niederlassungen abzuholen? Ihre Vorteile? Schnelle Verfügbarkeit der Ware bereits nach nur einer Stunde wählen Sie aus einer Vielzahl von Produkten bequem online und kontrollieren Sie die Qualität der Ware direkt bei der Abholung. Ist Abholbestand verfügbar? Dann einfach online bestellen und bereits nach einer Stunde steht die Ware zur Abholung bereit. Ist kein Abholbestand verfügbar, aber der Artikel auf Lager? Dank unserem modernen Logistiksystems kann der Artikel von einem unserer Zentrallager an die Niederlassung geliefert werden. Dort steht er dann bereits am nächsten Werktag zur Abholung bereit. Ob Abholbestand für einen Artikel verfügbar ist, sehen Sie direkt auf der Produktseite. Das System wählt automatisch die nächstliegende Niederlassung aus und zeigt den verfügbaren Bestand an. Der Checkout Prozess. Fügen Sie den Artikel wie gewohnt durch einen Klick auf in den Warenkorb Ihrem Warenkorb hinzu. Klicken Sie im Warenkorb anschließend auf Weiter, um zum Bestellformular zu kommen. Wählen Sie hier die Versandoption Abholung aus. Statt der Lieferadresse wird hier nun die Abholadresse angezeigt. Möchten Sie Ihre Ware lieber aus einer anderen Niederlassung abholen? Auch das ist möglich. Klicken Sie auf Niederlassung wählen und wählen Sie Ihre bevorzugte Abholadresse aus. Bitte beachten Sie, dass sich der verfügbare Abholbestand unter Umständen ändern kann.